Ja, der Kreise wieder hier. Ich wollte jetzt einfach mal so eine kleine Schlacht machen. Von Wegern hier, ne? Öh. So. Ähm, Bogenschützen sollten wir das jetzt einfach mal so machen, hier so, ne? Ja, 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 ja. Äh, wo sind die Swadier da? Wo sind die Nords? Da. Ich nehm die... Oase. Ich mach jetzt einfach nur ein kleines Gefecht hier. Weil wegen, ist so. Ah ja, legen wir dann einfach mal los, wenn ich das jetzt einfach mal geschafft habe. Genau. Hier nach. Hier bitte Position altern. Dann. Die Bogenschützen, oder soll die Armutsschützen kommen jetzt bitte mal mit. Dann stellen sie sich nämlich hier hin. Dann kommen die Infanteristen nochmal mit. Die stellen nämlich hier hin. Gut. Einfach nur mal ein kleines Testvideo mit Mount & Blade Warband. Und was auch immer das sein soll jetzt. Dann kommst du schon. Das liegt so ein bisschen. Das tut mir leid. Aber naja, egal. Ja, haben wir schon einen. So. Die Schweden, weil sie müssen auch noch durch. Wischen hier, ne? Das wird gar nicht gut. Ja, das war schon. Das wird gar nicht gut. Das war schon. Oh nein. Das ist gar nicht. Das ist gar nicht gut. Wünsch. Auuuutsch Auuuutsch Boah, ist aufstehend. Wir haben uns 20 aufgeschnitten. Toll Auuuutsch Naja, egal. Ich könnte ja mal hier, ne? Aber schon mal die Lanze ankurbeln, ne? Schade mit der Lanze angerichtet, das ist toll. Was für ein Fehl. Ha 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 ha. Mal. Auuutsch Und das war's schon mit dem Lighttest Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, tschüss. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe es hat euch gefallen.